Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Online. Neues Zeitrennen ist draußen, Delpero Pier. Mit einer Zeitfrage von 1 Minute 43,2. Ist schon richtig, richtig, ähm, naja, sag ich mal, eine harte Nuss, würde ich mal sagen. Weil wir sind hier wieder mit der ungetunten Barty unterwegs. Wenn wir das Ganze mit der getunten Barty machen würden oder mit einem anderen getunten Motorrad, wäre das definitiv um einiges leichter. Ich sag nur, ähm, ich mach's ja normalerweise immer komplett ohne Willi, aber das geht hier jetzt nicht. Also wir müssen bei diesem Zeitrennen, wenn wir's mit der ungetunten Barty machen, müssen wir mit einem Willi fahren. Wir müssen nämlich einmal, äh, die Markierung, die kann man mal vergessen hier. Wir müssen hierher. Also hier ist das Ziel. Warte mal, ich markier das mal kurz. Ähm, wir fahren das auch ungefähr so nach. Nur, wir fahren halt dann, ähm, hier, fahren wir nicht hier runter, sondern hier fahren wir hier gleich runter und bleiben auch die ganze Zeit hier aus Geist. Da ist der Fahrer unterwegs und fahren dann quasi hier hoch, äh, ja, genau. Und dann fahren wir eigentlich den kompletten Weg hier. Es gibt natürlich Abkürzungen. Man kann zum Beispiel, unter anderem, kann man die eine oder andere Sekunde rausholen, wenn man hier runter springt. Ähm, muss man mal aufpassen, weil hier viele Felsen sind und dann hier über dem Bach drüber. Und dann kann man hier hochfahren. Das, das ist natürlich eine Abkürzung, keine Frage. Aber, ich sag mal so, man kann es so schaffen auf, äh, ja, mit einer Sekunde Restzeit, so ganz knapp halt. Wenn man hier fährt, man schmeißt, man, man fliegt wirklich öfters hin und co. Das hat halt irgendwie, ähm, ja gut. Ich meine, man kann es natürlich probieren, keine Frage. Aber ich bin lieber so derjenige, ähm, bin ich hier lieber auf Nummer sicher unterwegs. Ich probiere es fünfmal, kann immer Y drücken, ich sterbe nicht und muss dann irgendwie wieder, äh, ja, wieder da zurückfahren und co. Ist halt irgendwie dann nervig. Ist halt nicht der schnellste Weg, aber, sag ich mal, vielleicht der schnellste Weg, wie man es, ähm, ja, zum Erfolg schafft, sag ich mal. Aber, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich probiere es Ganze jetzt hier mal, ähm, drei, zwei, eins, ready und go. Ready, ready to go. Wir müssen auf jeden Fall hier jetzt, ähm, mit Willi fahren, weil sonst schaffen wir es Ganze nicht. Man kann natürlich jetzt hier vorne, kann man auch geradeaus fahren. Habe ich auch schon probiert, kann man auch vielleicht die ein oder andere Sekunde rausholen. Ist aber halt wieder, ja, ein bisschen eine riskantere Route. Hier würde ich wirklich sehr, sehr bald, ähm, abbremsen, sehr, sehr früh bremsen, dass wir hier gleich wieder, ja, ordentlich Gas geben können. Und hier bleiben wir jetzt, ähm, na, ich bin schon fast wieder zu mittig, wir bleiben jetzt hier ganz am Rand. Also wir bleiben jetzt hier in der, ja, sag ich mal so, in der Regenrinne hier, bleiben wir jetzt die ganze Zeit drin und immer wieder ein Willi setzen. Also, ich sag mal so, man muss jetzt mit einem Willi das Ganze nicht übertreiben, aber, ähm, ja, hier und da muss man schon ein Willi setzen, sonst schafft man das Ganze nicht. Wenn hier natürlich jetzt eine, oh, das wird eng. Super, ey, super, ey, cool, ey. Ich bin jetzt gerade hier bei Versuch Nummer 2, weil hier vorne kam ja leider ganz, 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 ganz ungünstig hier an dieser Stelle ein LKW. Und dann haben wir es halt leider nicht geschafft. Äh, ja, ich meine, ein bisschen Glück mit dem Verkehr muss man natürlich haben, wenn man aufs Geisterfahrer die ganze Zeit unterwegs ist. Aber na gut, wir kürzen hier jetzt über die Wiese ein bisschen ab. Das habt ihr, glaube ich, gut gesehen. Und dann geht es hier jetzt hoch. Das ist eh einfach nur den Weg entlang. Und hier können wir jetzt schon wieder die Straßenseite, ähm, ja, sag ich mal, kurz überqueren. Und jetzt hier kürzen wir auch gut ab über die grüne Fläche und immer wieder ein bisschen Willi ziehen. Und jetzt geht es eh hier schon in den Endsport rein. Ich lasse mich hier ein bisschen hochrollen. Äh, nicht so schnell. Also wirklich hier, ähm, sehr eng die Kurve nehmen. Und dann müssen wir mit dem Willi hier schon wieder ein bisschen rausziehen. Das kann man alles hier vorgesehen haben. Hier gehe ich ein bisschen vom Gas nochmal runter. Hier gehe ich jetzt nochmal in den Willi rein. Und wir haben jetzt noch, ja, wir haben jetzt noch 10 Sekunden Zeit. Es geht sich eigentlich mit so einer Sekunde Restzeit fast aus. Hier müssen wir auch nicht zu schnell. Und dann ins Ziel rein, ähm, ja, unterboten mit, naja, nur 3 Zehntel Sekunden, sowas. Also es ist schon wirklich eine super, super knappe Sache mit der ungetrönten Bati. Mit der Route ist, ähm, ja, ich sag mal so, wie gesagt, es gibt schnellere Routen, ja. Aber ich empfehle sie halt irgendwie aus dem Grund nicht, weil man halt viel öfter stirbt. Ich habe hier jetzt, ähm, für die Aufnahme zwei Versuche gebraucht. Beim ersten Versuch war der LKW ein bisschen ungünstig an der Position, bin ich nicht vorbeigekommen. Und beim zweiten Versuch habe ich es dann gleich geschafft. Also von dem her, ich kann diese Route eigentlich empfehlen. Vor allem, wenn man ein bisschen schon Tuning in seiner Bati drin hat, dann ist es eigentlich natürlich noch umso einfacher. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann gebt doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, haut rein, euer Dutzi und ciao. Ah ja, und kommentieren bitte nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.